Unabhängigkeit, garantierte Rendite und eine saubere Zukunft. Wir sind Spezialisten für nachhaltige Energietechnologien und realisieren für Sie maßgeschneiderte Solaranlagen. Für jede Kilowattstunde aus Ihrer Sonnenstromanlage erhalten Sie dabei 20 Jahre lang eine staatlich garantierte, profitable Vergütung. Für jede Kilowattstunde aus der Süddeasie. Welche Länder in Süddeasien brauchen Sie die Solaranlagen? Natürlich in jedem Land. Aber vielleicht sind meine Zielgruppe die Philippines, Indonesien und auch, wenn es in Thailand möglich ist, die Solaranlagen finden. Natürlich machen wir auch viele Dinge in Thailand. Unsere Solarmodule verwandeln unendliche Sonnenenergie in lukrativen Strom. Auch wenn es regnet oder bewölkt ist. Sobald Licht auf eine Photovoltaikanlage strahlt, produziert diese Strom. Mit dem Institut für Elektrische Energietechnik der TU Klausthal forschen wir auch an einem Schnellladesystem für Elektrofahrzeuge. Denn uns reicht es nicht auf dem neuesten Stand zu sein. Inutek Solarzentrum denkt auch an die Zukunft. Wir können Bildung bringen. Ich kenne den Solarmarket sehr gut. Ich habe eine Solarmarket gefunden. Ich habe eine Solarmakademie gefunden, um Entreprenur und insbesondere Solarmarket zu lernen. Denn es gibt eine große Werte in der Kenntnis und auch im Finanzkapital. Und das ist was die Länder brauchen, um ihre eigenen Markets zu entwickeln. Und das ist besonders meine Niche. Der Sonn ist able zu produzieren Elektrische. Panels covered mit Photovoltaik Cells converten Sonnlicht in Elektrische. Diese Blüte ist ein Modul, made aus kristallinen Silikon. Die Groöse sind die Konduktoren und die Silikon-Krystall glisten auf der Ebene. Auf der ersten Blick, es scheint sehr günstiger. Aber man muss es in detail sehen. Ein Kilowatt Solar System kostet ungefähr 2.000 US-Dollar dieses Jahr. Und im nächsten Jahr wird es nur 1.600 US-Dollar, weil die Marketspreden ständisch reduzieren. Für diese Investition bekommt man independent, clean Energie für mehr als 30 Jahre. Das heißt, das ist die Lebenszeitzeit des Solar Systemes, ohne viel Maintain. Also wird man 1.500 Kilowatt-Hour per Jahr bekommen. Das bedeutet, in 30 Jahren, 45.000 Kilowatt-Hour. Und wenn man die Kosten sieht, 1 Kilowatt-Hour kostet ungefähr 1.8 Taibat. Hydroelectric power plants are large and involve huge capital investments. They also tend to affect the local ecology, once the dams associated are flooded. To use the hydro power from Laos is maybe a good thing. But see, as an example, the growth of the production of solar power in Germany last year was more than six times what the solar power plant in Laos will deliver to Thailand in 2017. So, but see the boats aside, there is a steadily increase of power demand in Thailand. Der kommenden Generation. Für eine unabhängige, saubere Umwelt. Garantiert ohne Strompreissteigerung. Garantiert ohne Strompreissteigerung. Mit der T глубine Investoren Tell! Eintrinh Way